Gerade ging es um SimCity und jetzt um Amazon. Amazon baut an der eigenen Spielekonsole. Das hatten wir schon damals berichtet. Jetzt sind Bilder aufgetaucht, die angeblich den Controller zeigen. Bestätigt wurde das aber noch nicht. Angeblich stammen die Aufnahmen von einer staatlichen Regulierungsbehörde in Brasilien. Das klobige Ding hat Xbox-ähnliche Joysticks und die gewohnten Controller-Tasten. Unten sieht man zusätzlich Play- und Skip-Tasten. Höchstwahrscheinlich für das vielseitige Film- und Serienangebot von Amazon. Wirklich schön ist der Controller nicht. Auf dem ersten Blick wirkte er ziemlich billig und auch etwas unhandlich. Wofür die Tasten in der Mitte sind, ist noch unklar. Wird man über die Amazon-Konsole einkaufen können? Wie am Anfang schon gesagt, die Bilder sind aktuell noch mit Vorsicht zu genießen. Bis die Amazon offiziell bestätigt, handelt es sich noch immer um ein Gerücht. Falls es sich um den finalen Controller handeln sollte, wie findet ihr ihn?